was geht ab meine freunde und damit herzlich willkommen zurück zuletzt tryhard lega of legends zocken jetzt in der mitte wir haben die promo leider verkackt ich meine q auch daneben semmelt komplett nie komplett nie verkackt ja shit und der jetzt wieder flasht bin ich am sack ok da war schon mal ein ziemlich krasses battle um 1 h hätte ich verkackt aber okay und bringt in der magic schild gegen mich weil ich gar nichts so jetzt bin ich dafür drei jetzt kann ich eigentlich gleich kennen oder auch nicht alles daneben gesammelt nicht gleich mal schatten kriegen sollte oder so und ich habe sogar dann ist es gekriegt sehr geil gg so ist uns beiden geholfen und ich krieg sogar früher mein dings wieder hin mein ich krieg früher mein flash wieder ok warrik ist hier oder soll mich erst mal nicht stören er ist auch level 4 ich hätte jetzt glaube ich auch zurückgehen können jetzt ist natürlich die frage hole ich mir direkt mal auf malmortius ok jetzt sollte ich gleich wirklich zurückgehen na wenn er mich diven als ob der mich jetzt gerade getroffen hat ich gehe lieber zurück anschlecken wir machen ein bisschen noch safe come on hp also sehr auf jeden fall folgende probleme erstens dass ich die falsche ruhe mit hab und zweitens dass der quasi mit seinem tor meine und annullieren kann ich habe bis jetzt aber noch viel fahren verkackt also entweder der will mich jetzt für einen warrik zu beten oder der ist schon wieder weggegangen ok ich glaube der ist zurückgegangen ich meine zudem ich habe es jetzt schon wirklich lange nicht gespielt ok da ist der warrik aber das soll ja nicht immer die ausrede sein eigentlich müsste ich mittlerweile die champs die ich habe auch gut können weil ich ja nicht viele habe weil ich ja nicht viele habe ich glaube ich habe auch nicht gehört meine ich habe aber auch schon immer die ich habe beobacht ein dann musste ich halt flächen aber wieder für beide ganz gut geworden diesmal dass ich den kill bekommen habe ist mir sogar ganz recht und so machen die pros das nein quatsch aber so sah das jetzt gerade ganz gut aus so 20 201 so gefällt mir dann so gefällt papa das so kann man sehen ich gucke dadurch über die mit lane mehr druck ausüben kann wenn was da hier rollt dann dann es 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 rip so tower ist auch down sehr schön war sogar tower first blood oh lol ok mehr will ich jetzt hier erstmal nicht machen vor allem der warry kann mich schnuppern gucken ob wir hier vielleicht eine blüte haben ja da haben wir eine knospe holen wir uns mal fix die knospe gg ja und holt ok haben wir den team auch nochmal gegeben die zyra könnten wir uns vielleicht auch holen ja naja komm lassen wir das wir wollen ja jetzt nicht greedy werden Milane könnte auch schon so langsam wieder einen push vertragen waveclear ist da ups da war ein pink äh da war ein ward ok da nehme ich das ding mal gut wir könnten da jetzt obwohl wir dafür lebt der tower zu viel äh aber mit dem tower wenn die drei minions weg sind kann ich den hier spawnen lassen ich lasse den schon mal hier spawnen und hat den kurzen weg ja report all lanes zack läuft bei mir läuft er bei mir gg 50 set 3500 kohlen ich gehe mal shoppen ich habe keine energie mehr ich meine den team darf ich jetzt nicht unterschätzen der team nur der hat schon paar items da darf man jetzt nicht den fehler machen den team zu unterschätzen das kann doch nicht sein alter wird das wird nicht so lange dauert bis ich den vorrick kaputt gehen scheiße oder dieser failflash eh fuck und da ist der vorrick auch das kann ich jetzt gerade nicht viel machen naja kann ich jetzt gerade nicht viel machen der team muss halt hinter uns das ist 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 10 Sekunden könnte ich wieder was machen. Genau das meinte ich. Aber jetzt muss ich ja wieder 10 Sekunden warten, weil meine Shadows doch verdammt lange Cooldown haben. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Jep. Es war nur noch ein Turret. ok ich gehe zurück wir haben sie jetzt geacet obwohl doch da ist der erste ja da war jetzt mal schauen wir mal war jetzt mit dem dings gekriegt haben okay ich bin direkt wieder in der promo und habe den ersten sieg und wir haben wieder ein a gespielt 9 zu 1 beim 24 minuten game 140 fahren aber kein s naja gut der master hier hat auch kein s bekommen und er steht 10 zu 1 mit 160 fahren fast also 150 und normal also irgendwie haben die ds anforderung glaube ich höher gesetzt aber egal ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein